Die Firma Kegi ist das Lechtensteig im Dockenburg zu Hause und unser berühmteste Produkt ist das Kegi Fret. Das heisst, wenn man die Waffeln mit der Schokolade verbindet, kennt wahrscheinlich jeder in der Schweiz. Kegi ist zum ersten Mal an der Olma vertreten und wir finden einfach, dass Kegi Fret an der Olma nicht fehlen darf. Bei uns kann man sich das ganze Sortiment durchprobieren. Kokosnuss, Hasselnuss geht weiter. Wir haben ein sehr attraktives Messeangebot, viele Geschenkpackungen, die wir hier haben, auch Standardware. Und der Kegi Match steht bei uns. Dort kann man ein Lächeln gegen das gratis Kegi Fret tauschen. Kommt vorbei, um zu schauen, wie er funktioniert. Wir freuen uns auf jeden Besucher.